Hallo und willkommen zurück zu Mistbugs, nein, äh, zu Mist Survival und ich hoffe einfach, dass wir zu Hause ankommen, ehrlich. Ich dachte, diesmal habe ich es nicht mal irgendwie überladen, ne? Wir sind halt einfach zwei Kisten aufeinander gestapelt und es ist halt einfach zu viel fürs Spiel, äh, nicht fürs Spiel, sondern fürs Auto. Das kann es doch nicht sein. So. Es ist alles gut, bitte, 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 bitte. Wir sollten vielleicht aufhören zu beschleunigen. Die Sache ist, ich wollte jetzt die, die ganzen, äh, Sachen, die ich jetzt da oben abgeladen habe, wollte ich jetzt eigentlich noch mitnehmen. Das so wird wohl nicht. Doch, ich mach's einfach. Wehe, duftiges weg. Wehe. So, was hab ich hier eigentlich noch drin? Nix. Wollte ich immer schon mal haben. Und ja, ich weiß, dass ich das jetzt noch mehr belade, das ist mir jetzt aber egal, weil bis da unten bezieht das nette Auto, ja, bitte noch zusammenreißen können. Oh, da. Das ist doch eigentlich meine Werkzeug, ähm, also meine Waffenkiste, die ich, äh, ja, des Öfteren mal dabei hatte. So, bitte, bitte, bitte. Okay, Auto. Du musst nur bis nach da unten kommen. Danach sind wir safe. Okay? Okay? Ich werde jetzt einfach versuchen, nicht zu beschleunigen. Äh. Weil sonst wird mir noch vorgeworfen, dass ich daran schuld bin. Äh. Ups. Ja, die Bäume sind halt im Weg. Gott. Perfekt gebaut. Wer kennt das nicht? So. I like to move it, move it. You like to move it, move it. You like to move it. Move it. Wisst ihr was? Diese Munitionskiste, einfach weil es eine Munitionskiste ist, würde ich gerne oben auf den, äh, rumstellen. Also, ach komm, 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 komm. Ja, komm. Fast. Ja, ich hoffe, er führt niemals die Physik hier ein. Also, sonst können wir viele Sachen nicht machen, wie zum Beispiel das hier. Weil das würde einfach umkippen. Meint ihr, ich packe das? Äh. Hm. Das sah schon mal nicht gut aus. Oh yeah. Ja. Ist. Sehr nice. Weil dann brauchst du ja keine Munition hinlegen. Weil hier ist ja rein theoretisch eine ganze Munitionskiste. So. Sehr schön. Äh, wofür habe ich? Nägel. Keiner weiß einfach, wo die sind. Naja. Ich habe da auch keine Lust mehr, irgendwie nach denen zu suchen. Wenn sie nicht mit mir zusammen leben wollen, dann sollen sie sich doch alle ver- aus dem Staub machen. Nicht? Oh, das ist immer so lange gedauert. Aber ich glaube, jetzt haben wir genug Nägel, dass wir dann nochmal fertig werden. Ich weiß halt nicht, ob wir genug Nägel haben werden fürs Haus dann später. Aber da muss ich sowieso mehrfach, äh, langen Stangen, äh, äh, Baumstämme holen. Stay hydrated. Stay hydrated. Hier ist halt nichts zu essen dabei, aber... Ja, komm. Ich bin mal gespannt, ob ich hier gestört werde. Die letzten Nächte wurde ich ja nicht gestört. Wahrscheinlich einfach, weil ich die komplett ausgelöscht habe. Erinnert ihr euch? Die eine Nacht. Als Scott den Köder spielte. Habe ich die wahrscheinlich einfach komplett ausgelöscht. Aus der Existenz genommen habe ich sie, habe ich gesagt. Okay, hier haben wir 30 und 32. Ich nehme die mal mit, damit ich ungefähr so ein Gefühl dafür habe, wenn das Fleisch verfällt. Oh, Scott, du lebst. Äh, hast du Rachel gesehen? Du hattest, der geht's nicht gut. Okay, Moment. Ich will die doch hier hin machen. Sehr schön, ihr seid da. So, Scott. Äh. Was sind number two interact? Hä? Ah, das ist, weil die halt im Weg rum stand. Ich will nochmal, dass er versucht, Blätter aufzuheben. I have no tool to do this. Us. Hier, bitteschön. Hast du jetzt ein Tool, das zu tun? Stimmt, der ist ja despawned. Und ich denke mal, als er despawned ist, hat er seine Axt verloren. Ist okay für mich. Ach nee, dann wird er hundertprozentig kleine Blätter einsammeln. Man kann halt nicht alles haben im Leben, okay, Leute? Man kann nicht alles haben. Oh, stellt euch vor, der macht es, dass die Viecher im Schatten überleben können. Also, das heißt, hier, wo halt Schatten ist, wo überall Bäume sind, würden die überleben, wenn da die ganze Zeit stehen und warten. Logisch wäre es halt, weil in den, ähm, ah, die Blätter sammelt er nicht ein. Ich glaube, das wird auch nicht passieren. Ich glaube, das wird nicht passieren, dass er anfängt, die Blätter einzusammeln. So, komm, hoch hier, hoch. Tadaa, da bin ich wieder. Achso, ich brauche hier nur Blätter. Blätter einzusammeln. Wisst ihr was? Wir können eigentlich diesen Schwung bearbeiten, wir alles zu Brettern und holen dann noch mehr. Oder? Ja, komm. Das machen wir so. Dann müssen wir sowieso ein bisschen leerer machen. Ja. Ich glaube, ich werde auch nachts die Fleischstücke schneiden müssen. Weil das sieht nicht gesund aus. Okay. Also, eine Säge werde ich nicht nochmal brauchen. Äh, die Flasche muss weg. Äh, die ganzen Autoteile. Kommen wir jetzt unten so schlecht hin, ne? Ich höre jetzt aber auch noch nichts rumlaufen. Hier sind wir ja schon mal einigermaßen safe. Sure. War da was? Schmeißt du das jetzt einfach hier rein? Hä, die liegen da schon tot? Okay. 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 Die haben ja tot gespawnt. Die sind ja sogar noch von der Nacht. Gruselig wäre es, wenn die jetzt aufstehen würden. So einfach plötzlich. Ja, den Bug kennen wir ja ein bisschen. Und wir wissen, zu was er geführt hat. Ja. Ich hoffe, dass es nicht passieren wird. Aber falls ihr euch erinnert. Der Bug hat damals dazu geführt, dass die Welt einfach so überschwemmt war, dass alles übelst geleckt hat. Da wurde mir ja noch vorgeschlagen, dass ich alles aufsammeln soll. Und, ähm, Baumfeld. Eine Baumstimme mehr. Ja, komm. Ich kann ja aber Retter verbrauchen. Dann habe ich mehr Platz im Inventar. Ja, hier lernt ihr die Experten-Tipps. Ich weiß zwar nicht von wem, aber ich versuche sie auch zu lernen. So. Wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Stimmt sogar. Ähm. Ich freue mich. Ehrlich. Ich freue mich auf den Moment, wenn ich das hier fertiggestellt habe. Es ist schon wieder Abend. Also wie die Tage verfliegen. Das heißt, wir brauchen nur noch da hinten eins hin. Und dann haben wir's. Dann haben wir's, Leute. Dann ist es endlich so weit. Dann haben wir das geschafft. Ich glaube, wir haben noch Zeit, bis morgen Würstchen zu machen. Bis dahin können wir noch was Fleisch genießen. Damit ist fleißig ein, ja. Ja, Stöckchen werde ich auch noch aufheben müssen, rumlaufen, heben müssen. Habt ihr das eigentlich mitbekommen? Ich denke mal, oder? Also jedenfalls so, alle, die sich für Streaming und so interessieren, haben das wahrscheinlich mitbekommen. Amazon plant jetzt folgendes zu machen. Also, wir besitzen ja zum Beispiel einen Amazon Prime Account, ja. Und wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ihr auch einen Amazon Prime Account besitzt, gemeinsam Serien zu gucken. Also, das heißt, ich kann im Stream dann einen Film anmachen oder eine Serie anmachen und wir können die zwei dann zusammen gucken. Also, ganz ehrlich, ich finde es echt lustig, geil. Weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Die Sache ist nämlich, dass das, ich weiß nicht, so dieses gemeinsame Serien schauen, das ist schon recht intim. Weißt du, was ich meine? Dass man sich dann zusammen so gesehen hinsetzt und eine Serie guckt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie man das so genau gestalten möchte. Hier, mal gucken. So, die Plattform hier oben ist jetzt fertig. Und wir haben jetzt die einzigartige Möglichkeit, ein Haus zu machen. Was macht das Haus? Nein, so gut. So. Egal, wie ich es mache, es wird eh schief. Von daher, wieso versuche ich es überhaupt? Wieso versuche ich es überhaupt? Oh Gott, ich muss noch ein bisschen aufpassen. Ich will halt... Ja, 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 das sieht perfekt aus. Das sieht perfekt aus, oder? Ja. So, hier ist die eine Treppe. Ja, super. Brauche ich auch keinen Durchgang, ne? Also, brauche ich wirklich nicht. Gut. Das dauert jetzt. Es ist halt unglaublich, wie lange... Ja gut, ganz ehrlich, so ein Hausbau dauert auch lange. Äh, stopp. Du hörst nicht auf damit, ne. Du sollst aufhören damit. Du sollst aufhören. Was hab ich denn bloß gemacht? Er hört halt nicht auf zu bauen. Der baut halt einfach wirklich so lange weiter, bis er, weiß ich nicht, totlös. Und ich hab einfach... Die Nägel einfach komplett... Das heißt, der baut jetzt die... Ich kann den halt einfach nicht mehr aufhalten. Er baut halt einfach. Selbst wenn ich sage, nicht mehr bauen. Okay, gut. Gott sei Dank, er hat aufgehört. Stimmt ja nicht mit dir, Junge? Du bist hier am... Dahinscheiden. So haben wir nicht gewettet. Ja, das ist nämlich auch das größte Problem, vor dem ich Angst hatte. Dass das ganze Fleisch kaputt geht. Schämen Sie sich! Okay. Ähm. Salz. Dann stellen wir ganz viele Würste und hängen sie hin. Ah, ehrlich. Ah, ehrlich. Die Würste mit, ja. Irgendwo. In einem dieser Schränke. Sogar noch ein Hunderter. Uiuiuiui. Das ist natürlich. Das ist natürlich, ne? Da. Perfekt. Ach ja, ein bisschen Nostalgie kommt ja auf. Das Altes ist vorbei. Das Altes ist vorbei. Das Alte geht auch, äh, diesen Tier zu Ende. Also wie gesagt, selbst wenn neue Sachen kommen, vielleicht mache ich nochmal das ein oder andere Video, ähm, zu den Erneuerungen, äh, wenn halt was kommt. Momentan ist es ja leider wirklich gerade sehr still drum geworden und es kommen ja wirklich so viele Spiele aktuell wieder raus, ähm, die ich auch da mal vorbeikomme. Ich habe so viele Spiele auf der Liste. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst anfangen soll. So. Okay, Essen haben wir, Trinken haben wir. Ja, die Fettigüte, ganz ehrlich, brauche ich ja nicht. Weil ich ja primär einfach nicht, nicht die Ausdauer brauche. Aber das hier hätte ich anmachen wollen sollen. Damals. Äh, so, wir haben das gebraucht, wir haben das gebraucht. Sag mir nicht, dass ich das... Ah. Entschuldigung. Jetzt habe ich mich verschluckt. Mach mal ein Spucke. Wie kannst du es mir antun? Meine eigene... So. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der Ton immer leiser wird. Kann das sein? So, das brennt. Das läuft durch. Und das lassen wir dann hier. Ja, genau. Und? Sag mal, hast du schon was? So ein Trees? Drei Stunden. Und dann Pick-up-Leave. Äh, warte. Erstmal, warte, 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 cancel. Ich wollte... Da, 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 das wollte ich. Weißt du was? Weißt du was, mein Freund? Bitte. Bitte. Schneid einfach die Bäume und... Mach einfach gar nichts mehr. Sonst nichts. Sicher. Das andere mache ich dann später selber. Weil ganz ehrlich, das ist... Das ist doch Blödsinn. Also, er hatte ja mal auf der Agenda stehen, dass er so ein Holzlager mit reinbringen wollte. Darüber hätte ich mich echt sehr gefreut. So, dass jetzt, wenn man das hier mal anschaut... Ich meine, wir können schlafen, ähm, sobald das Haus fertig ist. Ist das nicht, nicht normal so? Wenn man einfach durchhustelt, bis das Haus fertig ist und dann schläft. Weil uns interessiert ja auch eigentlich der Nebel nicht, weil der Nebel macht uns ja auch nichts. Die Würste haben wir alle verarbeitet. Ja, ich kenne es richtig sehr. Ja, das ist ein Ordnungsgott. Ich denke mal, du hast die ganzen Bäume hier in der Nähe weg, also... Zum Jahr bist du sowieso nicht zu gebrauchen. Nein. Ja, ich lasse die jetzt auch erst mal machen. Ähm, ja. Und sonst so bei euch. Wie geht's zur Familie? Kennt ihr den Film super süß und super sexy? Ähm, das ist eine Komödie über drei Mädels. Und... Ja gut, ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen kann, weil das ist ja eigentlich, ähm... Ja, mhm... Sagen wir es mal so. Die eine hat einen, äh, Fleck auf ihrem Kleid, das sie braucht, weil sie zu einer Hochzeit geht. Und, äh, sie war feiern und hat da einen Fleck drauf. Sagen wir mal, Mayonnaise. So. Und... Und... Hier geht's halt zu ihrer bekannten Wäscherei, um dort halt, äh, den Fleck entfernen zu lassen. Und der, also der, der, ähm... Typ, der im Waschsalon arbeitet, der will halt wissen, was für ein Fleck das ist, damit er das halt besser wegmachen kann. Und sie sagt ihm dann halt, dass das, äh... Ich weiß gar nicht, irgendwas erzählt sie ihm jedenfalls. Und er fängt dann an... Hm. Hm. Irgendwoher kann ich den Geruch fängt dann an, darum zu kratzen und dran zu lecken. Und, äh, fragt sie dann halt auch vorher so, wie geht's der Familie? Und es ist halt immer so, 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 so lustig, weil jeder, der dann halt, also dann kommt halt zum Beispiel ihre Grundschullehrerin rein, während er den Fleck da, äh, bearbeitet. Und ihr ist das übelst unangenehm, übelst peinlich. Ähm. Ja. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr auf, äh, konventioniert steht. Jennifer Aniston spielt da zum Beispiel mit. Ich hab die ganze Zeit ihren Namen in meinem Kopf gesucht. Und ich hab mich gefunden. Ja, wir lassen ihn mal ein bisschen schlafen. Und die lassen uns nicht schlafen, aber wir wollen trotzdem schlafen. Es interessiert uns nicht. Ich hab eigentlich nur drei Stunden, egal. Ja? Okay. Wir holen noch mal ein bisschen Holz. Du läufst doch? Nein, läuft doch nicht. Ah, ist egal. Ist jetzt egal. Ist nicht wichtig. Wir brauchen ja aktuell sowieso kein Licht. Da fände ich es zum Beispiel schöner, wenn man vielleicht noch ein paar mehr Sachen hätte. Wie zum Beispiel, ähm, Strom, Solar, die jetzt bei Infected. Da finde ich es richtig geil, dass man halt so Solar-Dinger bauen kann. Und ja, äh, eine Batterie, wo das dann alles gespeichert wird. Ja, der Weg ist auch ein bisschen frei. Ich glaube, ich werde den Rest dann noch selber frei machen. Damit ich dann mit dem Auto einfach besser runterkomme. Also, äh, für meine Verhältnisse besser. So. Ich würde sagen, wir trinken noch was. Auf geht's. In Spurt. Ich glaube, wir haben immer noch nicht genug Loks. Aber wir ziehen jetzt mal durch, wieder. Im Endeffekt werden wir halt noch 25 Sticks brauchen. Da muss ich nur gucken, wo wir die herbekommen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir so viele Hölzchen hier irgendwo rumliegen haben. Okay. Es nebelt. Es kommt irgendwann der Augenblick, wo dieser Bug behoben wird. Und ich einfach nicht daran denken werde. Und dann wird das passieren. Wie damals, wo ich den Zaun gebaut habe. Erinnert ihr euch? Wo ich das auch irgendwie voll nicht erwartet habe. Ich habe angefangen, den Zaun zu bauen. Ich glaube, ich war eigentlich auch, glaube ich, abgesperrt. Und dann kam es plötzlich von der Seite. Weg war ich. Das ist mir auch so. Danke. Ja, komm. Komm, 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 komm. Es fehlt wahrscheinlich nur noch ein Lok, oder? Ja. Drei. Drei fehlen. Ach, Rachel. Dass die das auch falsch rum macht. Also, bei all den Möglichkeiten, wo man sich hier verkeilen kann. Also, gibt es ja mehr als genug. Ich meine, diese ganze Base ist ne Todesfalle. Okay. Und bei den ganzen Möglichkeiten ist sie halt einfach da. Warum? Warum? Machst du das, Kate? Hm? Warum? War ich nicht nett zu dir? Und dankbar. Und dankbar. Ich hoffe, die waren schon fertig. Ja. Na, das wär's jetzt noch gewesen. Nehm so alles ab. Du willst essen. Dann nicht fertig. Komm ich dran? Ja. Jetzt komm ich dran. Eigentlich irgendwie ist das hier mein Haus geworden. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ist übrigens jetzt auch wieder, ähm... Also, Tiwan hat schon wieder ein neues Spiel... Ne, zwei neue Spiele hat Tiwan wieder gefunden. Äh, die auch sehr vielversprechend aussehen. Bevor irgendeiner, äh... Es sind halt auch wieder so... Early Access Indie-Spiele. Die Sache ist aber... Es ist halt mal eine Abwechslung. Und es ist halt ein kleiner Preis. Das heißt, man zahlt da halt... Für ein unfertiges Spiel. Aber dementsprechend zahlt dann auch der Preis. Ne? Ja. So. Wo ist das aber ja heute in der... In der Wegwerb-Gesellschaft? Nein. Äh, was wollte ich denn? Ich wollte eigentlich... Das wollte ich. Zwei. Drei. Fertig. Mehr brauche ich nicht. So. Also, da unsere Fleischreserven auch langsam zur Neige gehen... Dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir dieses Haus jetzt noch fertig bauen. Und es dann eigentlich, äh... Nächste Folge... Gar nicht erst einrichten. Sondern wir holen erst mal Kate und richten es dann ein. Oder? Ja. Dafür brauchen wir natürlich ein bisschen Munition. Ähm... Oder die geben uns Kate freiwillig. Alles möglich. Ich werde jetzt, denke ich mal, zwischen den Folgen das Haus einfach mal durchbauen lassen. Weil, ähm... Ja, sind wir mal ehrlich, so wirklich spannend ist es nicht. Weil dazwischen passiert halt einfach überhaupt nichts. Außer, dass ich da stehe und hämmere. MC hämmere. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächste Folge wird das Haus wahrscheinlich auf plötzliche Art und Weise fertig sein. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020